Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit euch die Wochenaussicht vom 23.8. bis 29.8.2021 mit euch teilen und wie gewohterweise mit auf den Weg geben. Leute, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sonntag, einen Restsonntag vor allen Dingen noch. Freut euch heute Abend auf unseren Live-Chat. Leute, 19 Uhr, wie gewohnterweise. Denkt dran, Respekt, Spannung, Liebe, Spaß stehen immer an erster Stelle. Genießt den Sonntag auf eure individuelle Art und Weise und wir heißen dann die kommende Woche willkommen. Egal, was euch erwartet, egal, welche Herausforderungen ihr euch stellen dürft, heißt es einfach willkommen, seid dankbar dafür, weil auch Dinge, die etwas holprig sind, Leute, sind einfach wirklich Lernaufgaben, Herausforderungen, Zeichen der geistigen Welt, um dir einfach zu sagen, da ist der Weg noch nicht ganz geklärt. Seid einfach wirklich ein bisschen aufmerksamer, wie ihr mit euch selber umgeht und wie ihr auch das Verständnis für andere Menschen eventuell ausgeprägt habt oder umsetzt, wie auch immer. Wir haben heute, wie gesagt, wie immer, die Liebe, die Finanzen, Beruf, Familie, Freunde. Heute haben wir aber auch bei jedem Bereich auch nochmal einen individuellen Engel, welcher Engel dich genau in dieser Situation, in dieser Woche bei deinen Thematiken begleiten wird, den du aufrufen darfst oder der zumindest dir unterstützend zur Seite stehen wird, damit du nicht immer dieses Gefühl hast, alleine zu sein. Ihr seid nie alleine, Leute. Die geistige Welt konspiriert immer auf eurer Seite, auch das Universum. Okay, kommt raus aus Verschlossenheit, kommt raus aus Dingen, die absolut nicht mehr ertragbar sind, die nicht mehr gut sind, die toxisch sind. Lasst es fließen, lasst es raus, geht in die Kommunikation und urteilt nicht so hart mit euch und mit anderen, okay? Gesagt, getan. Woche vom 23.8. bis 29.8. Wow, was haben wir hier? Wir starten. Thema Liebe, Gefühle. Oh, wow, 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 wir fangen ja schon mal sehr suspekt an. Wahnsinn, Gesundheit, Finanzen, Beruf und die Family. Wow, Leute, das wird eine herausfordernde Woche für viele von euch. Bleibt bis zum Schluss dran, hört es euch an, es ist mega wichtig, okay? Weil so könnt ihr nicht nur eure Situation besser einschätzen, sondern auch die eures Gegenübers oder was auch immer gerade am Start ist. Also, im Thema Liebe und Gefühle. Singles unter euch, ihr werdet noch nicht in eine neue Partnerschaft gehen, ja? Wir haben schon am Anfang der Woche den Teufel mit im Spiel. Das heißt, Abhängigkeiten, Untreue, sich selbst was vorlügen, die abgrundtiefsten Schattenseiten eines Menschen. Hier heißt es aber vor allen Dingen im Thema Liebe, dass der Weg noch nicht ganz gesund geegnet ist für diese Menschen, die noch im Zwiespalt sind, die auf der Suche nach einer festen Partnerschaft sind. Hier ist man extrem noch im Außen kommende Woche. Arbeite ein bisschen dran, Single, okay? Damit sich die kommende Woche für dich ein bisschen leichter gestaltet. Schau, ich habe es gesagt. Aufgesetzte Blockaden für die Singles unter euch, ja? Ihr seid zu sehr im Kopf. Ihr seid noch zu sehr in einer hohen Erwartungshaltung. Bewusst und unbewusster Natur. Singles stresst euch nicht. Die kommende Woche kann dir zwar viele sexuelle, passionierte Kontakte bieten. Okay? Einige von euch hängt ihr vielleicht noch an der Vergangenheit fest, an einer Ex-Konstellation, wie auch immer. Aber in der kommenden Woche haben wir jetzt nichts, wo wir sagen, yay, Single, es wird eine tolle Woche. Du kommst in eine feste Partnerschaft. Nein. Okay? Für die Leute, die in einer Seelenkonstellation sind, die in einer Partnerschaft sind. Es gibt Partnerschaften, die komplett rund laufen werden, wo man aus diesen Blockaden rauskommen wird. Ja? Aber in der Regel ist es so, dass in der kommenden Woche drei Ex-Kisten, Seelenpartnerkonstellationen, Partnerschaften, wo es konfliktive Situationen schon gibt, ja, wo es Anhaftungen gibt, wo es Versuchungen gibt, Konflikte, Streitereien, Distanz, Rückzüge. Also hier geht es darum, dass in der kommenden Woche die Situation sich nicht gerade verbessern wird. Das heißt, dass dein emotionales Feld noch getrübt sein könnte, von dir oder von deinem Gegenüber. Eine Belastung durch eine Dreieckskiste, eine Belastung durch eine Untreue, eine toxische Partnerschaft, ja, oder eine toxische Anziehungskraft, auch wenn der sexuelle Part vielleicht gegeben ist. Oder wenn eine sexuelle Anziehungskraft da sein mag, eine passionierte Anziehungskraft. Es ist okay, aber wir haben hier vor allen Dingen Einfluss von dritten Personen. Wir haben hier Rückzüge, wir haben hier Barrikaden. Wir haben hier einfach auch die Notwendigkeit, ein bisschen nachzugrübeln, ja, um hier wirklich zu schauen, dass die emotionale Ebene sich wiedergibt. Das heißt, zurück ins Vertrauen, zurück in die Integration mit dir selber, aber auch vor allen Dingen dir bewusst zu werden, dass du Möglichkeiten genug traust, diese Situation zu verbessern, indem du in dich kehrst, ja, indem du alles Negative fließen lässt, indem du loslässt und indem du dich an erster Stelle stellst und nicht dein Partner, deine Partnerin oder deinen Seelenpartner oder deinen Wunschpartner, sondern wirklich in eine ehrliche und aufrichtige Kommunikation mit dir selber gehst, im Thema Liebe und Gefühle, um herauszufinden, ob die Situation weiter sofort bestehen sollte, ja, und du womöglich erkranken kannst, Depressionen. Wie gesagt, wir haben ganz viele Einflüsse von dritten Personen, ganz viele Gedankenkarusselle, Machtkämpfe auch. Also im Thema Liebe kann es sein, dass die eine oder andere Hürde noch zu nehmen ist, auch gerade Geheimnisse, die ans Tageslicht kommen, Dreieckskisten, die auffliegen werden. Also du wirst immer noch mal im Zweifel geraten oder dein Gegenüber. Aber lass es fließen, es darf sein, weil die kommende Woche wird dir aufspiegeln, in allen Bereichen, wo du noch was zu verarbeiten hast, wo du was zu erneuern hast, aber vor allen Dingen standhaft zu sein, keiner Versuchung zu widerfallen, okay, um hier einen Fehler zu machen. Im Thema Liebe, der Engel des Friedens wird dich begleiten. Der Engel des Friedens möchte dir sagen, ich schenke dir genau das, was du brauchst. Ich gebe dir den Raum, dich selbst zu finden, damit deine Seele im Einklang mit deinem Geist kommen kann. Versuche, deine innere Mitte zu finden und schenke dir das Gefühl, beiseite zu schieben von negativen und destruktiven Gedanken. Den Frieden im Herzen verwandelt alles in Liebe und führt zum spirituellen Wachstum. Je mehr du in der Ruhe bleibst, was ich dir gerade gesagt habe, diesen Rückzug, ja, der Engel des Friedens begleitet dich, rufe ihn immer wieder auf und bitte den Ende des Friedens, dir Einklang, Sicherheit, Harmonie, Stabilität zu geben, den richtigen Weg zu deinem Herz, zu deinem Geist, zu deiner Seele zu finden, um im Thema Liebe, Gefühle wirklich den richtigen Weg zu gehen. Es wird eine Herausforderung, Leute, aber es darf sein, weil viele von euch in konfliktiven, toxischen Situationen stecken, wo es einfach ans Licht kommen darf, um einfach diesen Prozess wirklich anzutreiben, auch die Seelenkonstellation näher anzutreiben, weil hier ist eine Blockade externer Natur durch dein Gegenüber, durch Einflüsse von dritten Personen, durch Egos, durch Machtkämpfe, aber auch durch dir selber, weil du einfach einen Verlauf unbewusster Natur verhinderst, der dir einfach schaden könnte. Okay? Wow! Im Thema Gesundheit. Im Thema Gesundheit geht es darum, dass einige von euch wirklich noch zu sehr an der Vergangenheit haften. Einige habt ihr immer noch eine Exkonstellation im Kopf, ja. Andere seid ihr in einer Energie, wo es darum geht, ein bisschen intern aufzuräumen, neue Lebenskraft zu schöpfen. Viele von euch seid hier in der kommenden Woche gesundheitlich angeschlagen, weil das Herz blutet, ja. Das Herz blutet, weil kein Kontakt ist, weil schleppender Kontakt ist, weil ihr Bewegung in diese Konstellation bringen möchtet, weil ihr eine Antwort haben möchtet. Das belastet extrem eure Gesundheit, Leute. Aufpassen damit, okay? Es ist wichtig, dass ihr im Thema Gesundheit das, was nicht mehr sinnvoll für euch ist, wirklich ziehen lassen könnt. Ja, sonst kommt ihr nicht auf einen grünen Nenner. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben hier Überforderung für einige von euch. Wir haben hier Menschen, die von Suchtmitteln nicht loskommen können, zum jetzigen Zeitpunkt, weil die Gedanken einfach in eine ganz andere Richtung gehen. Wir haben aber auch Gott sei Dank einige, die eine kluge Entscheidung treffen, die anfangen werden, auf sich selber zu vertrauen, die anfangen werden, ihr Wohlbefinden wieder zu stabilisieren, sobald sie wirklich alles zurücklassen. Ja, toxische Sachen, denkt dran, die emotionale Ebene und die Gesundheit spielt groß eine Rolle miteinander, weil wir auch alles, was wir emotional zurückhalten, okay, definitiv sich auch körperlich manifestieren kann. Hier ist der Rat des Tarots, definitiv einen Arzt aufzusuchen, einen Therapeuten aufzusuchen, der nochmal einen gesamten Check-up durchgehen zu lassen, dich zu unterziehen. Du darfst eine Entscheidung treffen, die in der Gesundheit für dich wichtig ist. Wenn das Herz und die Gesundheit im Einklang sind, fließt es. Ist da eine Blockade, kann es natürlich ganz viele Konflikte geben, auch Manifestationen mit Körper, Geist und Seele, was sich aus der Bahn werfen wird. Die, die ihr schon in einem Heilungsprozess seid, die ihr schon losgelassen habt, die ihr eine bestimmte Diagnose habt, könnt ihr aufgrund eines Artwetzeln hier nochmal eine neue Energie schöpfen. Ja, ihr werdet nochmal neue Diagnosen bekommen, nochmal eine neue Meinung und ihr kommt aus dieser Stagnation definitiv raus, sobald ihr auch den Eigenanteil dazu beitragt, um eure Gesundheit zu stabilisieren. Raus aus Gedankenkarussellen, raus aus so viel Sorge. Denkt dran, körperliche manifestierten Krankheiten sind das Resultat von unterdrückten Emotionen, von falschen Lebensentscheidungen, von Suchtmitteln nicht rechtzeitig losgelassen zu haben, von euren Fehlentscheidungen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Im Thema Gesundheit, schau mal wie witzig, ich sag's hier gerade noch, ja die Hanfathimas, ich hab hier auch immer, ne, meine Hanfathimas, mein Baum des Lebens, also ganz viele Schutzdinger. Wo hab ich denn das andere, ist egal, das ist jetzt da hinten, ist nicht so schlimm. Der Engel der Akzeptanz, wir reden hier von deiner Gesundheit, akzeptiere das dein emotionales Feld, ja, und die Annahme des Resultats, was du gerade erlebst, viel auch mit deiner Entscheidung zu tun hatte, mit deinem Fehlverhalten. Und der Engel der Akzeptanz, der dich in deiner Gesundheit in der kommenden Woche begleitet, möchte sagen, nimm die Gegenwart mit ihren Ereignissen an und erkenne den Sinn in allem, wo was da drin steckt. So bleibt der Fluss des Lebens im Gleichgewicht und deine Gedanken und Taten richten sich darauf, dich in die richtige Richtung zu führen. Die Botschaft deines Engels lautet, nimm die Dinge an, wie sie sind. Das ist die Voraussetzung für deinen inneren Frieden. Nimm die Situation an, wie sie ist. Erkenne auch dein Fehlverhalten, erkenne, dass sich hier was ändern darf. Okay, der Engel der Akzeptanz im Thema Gesundheit ist dir zur Seite gestellt worden und wird dir zur Seite gestellt werden. Akzeptiere, dass du unter dem Schutz der geistigen Welt stehst, aber akzeptiere, dass ohne deinen freien Willen die Engel nicht eingreifen können und akzeptiere, ohne dein Zutun wird auch deine Gesundheit sich nicht langfristig oder konstant oder komplett verbessern. Okay? Wow! Wir machen Finanzen und Beruf in einem, Leute. Finanzen und Beruf. Einige von euch werdet ihr einen super Bonus bekommen, eine Gehaltserhöhung. Die Finanzen werden laufen. Ihr werdet nochmal hier Steuerunterlagen überprüfen. Alles, was mit dem Thema Kohle zusammenhängt, wird sich hier nochmal neu ins rechte Licht rücken lassen. Das heißt, einige von euch habt ihr im Thema Finanzen einige Papiere am Start, die ihr überprüfen solltet. Von der Steuer, von der Buchführung, von Arbeitslosengeld vielleicht, auch Krankengeld, was auch immer, Sparverträge. Schaut einfach in der kommenden Woche nochmal nach, was da am Start ist. Es gibt hier eine finanzielle kleine neue Spritze. Es gibt auch für viele von euch einen Neubeginn auf der Arbeit. Da einige von euch in der Arbeit ein bisschen unterfordert sind. Einige von euch sagt ihr, Hanni, jetzt ist die richtige Zeit gekommen, um meinen Arbeitsweg komplett neu zu gestalten. Also wo ihr sagt, ich möchte gerne Maler werden, obwohl ich Krankenschwester bin. Ab nach vorne. Ich möchte gerne Politiker werden, obwohl ich gerade bei der STL arbeite. Ich möchte jetzt gerne eine Ausbildung als Hebamme machen, obwohl ich vielleicht eine Steuerfachkraft bin. Es ist egal, was. In der kommenden Woche im Thema Job, so wie deine Einstellung ist, wirst du einen neuen Zyklus beginnen, der dir Stabilität bringt, der dir Sicherheit bringt, inneren Reichtum, finanzielle Sorgen werden rauskommen. Vor allen Dingen ein Neubeginn. Leute, wir haben auch Schwangerschaften in der kommenden Woche. Aufpassen mit künstlichen Befruchtungen, aufpassen mit Schwangerschaften. Aufpassen, dass diese Schwangerschaft komplett sich geben kann, auch so komplett sich einnisten kann, das Baby. Aus dem einfachen Grunde, weil sehr viele emotionale Geschichten hier am Start sind, die den Prozess einer Schwangerschaft ein bisschen vermindern können. Sobald du sagst, Honey, ich kann, yes, Honey, I can, sagt Alaina immer, ja. Und sobald du sagst, ich gebe mir den Raum und die Zeit und die Chance, komplett neu anzufangen, egal wo, mir reicht das jetzt, ja. Auch wenn du gekündigt werden solltest, es kommt ein neuer Job. Deswegen haben wir die Anträge beim Arbeitsamt. Alles Finanzielle wird geregelt werden. Raus aus Depressionen, raus aus Ängsten, raus aus Unsicherheiten, raus aus alles, was für dich eine Belastung darstellen könnte, finanzieller Natur, als auch beruflicher Natur, damit es absolut fließen kann. Ja, der neue Lebenszyklus steht dir vor der Tür. Der Neuanfang steht dir vor der Tür. Es kommen Veränderungen finanzieller Natur und beruflicher Natur. Ein bisschen schleppen. Die Münzen sind immer ziemlich langsam, ja, überdenken, ordnen, sortieren, all sowas, okay. Arbeitssuchende, ihr habt die Möglichkeit, einen Job zu finden, definitiv. Dafür bedarf es aber echt euren Willen. Ihr dürft wirklich euren Willen, da zu trainieren, auch ein bisschen aus dem Puschen zu kommen. Es gibt einige, die sich bequem nach hinten gesetzt haben und sagen, yes, das Amt bezahlt mich, das Amt unterstützt mich. Ja, ich bin schon 50 Jahre alt und ach ja, ich bin noch nicht ganz so weit. Also, du hast schon einen gewissen Druck, Arbeitssuchender, aber viele von euch, seid ihr einfach noch nicht in der Energie, um wirklich eine Arbeit anzugehen. Lasst euch also ein bisschen Zeit, aber soweit ihr merkt, dass die Uhr tickt, ab nach vorne. Der Engel, wow, schaut mal, der Engel des Vertrauens, wow. Heute wollen die Engel reden, Leute, wie cool. Der Engel des Vertrauens, sowohl im Thema Finanzen, als auch im Thema Arbeit, möchte dir sagen, Vertrauen heißt, sich das Leben zu stellen, sich dem Leben zu stellen und es zu genießen. Besinne dich auf die positive Kraft, die in dir ist. Ja, vergebe dir und gebe immer das Beste von dir. Hab Vertrauen in dich und deine Engel. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Die Botschaft deines Engels, das Vertrauen, was dich begleiten wird in Finanzen und Beruf, möchte dir sagen, nur wenn du Vertrauen in dich hast, kannst du das Glück finden und dein Leben erfolgreich und gesund gestalten. Glaube an dich. Wow, in der Liebe heißt es, im Einklang bringen, spiritueller Wachstum, Erkenntnis, in der Gesundheit, ja, Akzeptanz, inneren Frieden, in der Finanzebene und im Beruf, Vertrauen, Glaube an dich, du kannst es. Wow, Leute, wie prickelnd. Jetzt wird es spannend. Wir haben Thema Familie und Freunde. In der Thema Familie und Freunde gibt es für einige einen Veränderungsprozess. Einige seid ihr noch ein bisschen im Rückzug, einige seid ihr noch nicht in der Energie, hier Frieden zu schließen. Einige möchtet ihr einfach noch ein bisschen Zeit haben, um nachzudenken, ja. Wir haben hier Blockaden, wir haben hier Veränderungen, die zwar vom Leben kommen, vom Schicksal kommen, aber nichtsdestotrotz geht es hier um die Reflexion, um diese Transformation anzunehmen, aufzupassen, dass auch im Thema Familie und Freunde schon wieder eine Schlange mit im Spiel ist, ja. Irgendjemand hat schon wieder hier die Hand in der Suppe, wollte ich schon gerade sagen. Vertraut also nicht blind, Leute, ja. Wenn ihr mit einer Familiensituation abgeschlossen habt, auch in der kommenden Woche ist es absolut das Richtige, diesem treu zu bleiben. Habt ihr mit einer Freundschaft abgeschlossen, bleibt auch euch hier treu, aus dem einfachen Grunde, weil wir haben hier Hinterlistigkeiten, wir haben hier bei einigen von euch, vielleicht seid ihr auch das auch selber, ja, die ihr hier versucht, wieder hinterlistig irgendwas zu agieren und was zu bekommen, seid euch bewusst, dass viele von euch unbewusster Natur noch nicht ganz in der Lage seid, hier eine Verzeihung an den Tag zu legen. Geht ins Herzen verzeihen, Leute. Das ist ganz wichtig. Verzeihen heißt loslassen, verzeihen heißt inneren Frieden, verzeihen heißt, dass du dir selber verziehen hast oder verzeihst, dass du anderen den Raum gegeben hast und dir selber den Raum gegeben hast, so mit dir umzuspringen. Ja, sei dir dessen bewusst, dass hier eine Veränderung vom Schicksal kommt, eine Prüfung auf dich zukommt, um zu schauen, wie standhaft bist du wirklich, wie weit bist du fortgeschritten in deiner Entscheidungskraft, okay, wie weit möchtest du wirklich hier einen Kontakt mit jemandem haben. Also wir haben hier einen großen Heilungsprozess, der noch verstatten werden darf im Thema Familie und Freunde. Viele von euch werdet ihr versuchen, hier nochmal einen Kontakt zu knüpfen, einfach aus dem Mitgefühl heraus, was euch aber wieder, guck mal, der Hauch hier, wir haben die Legung angefangen mit dem Teufel und wir hören die Legung auf mit dem Teufel. Wow, die kommende Woche steckt mit viel Neid, mit Miske und mit Abhängigkeiten, mit toxischen Sachen, mit Lügen, mit Einfluss, mit Hinterhältigkeiten. Aufpassen, sei du nicht diese Energie, ja, die der Teufel darstellt, weil das wird dich zu Fall bringen, früher oder später, Bumba, die geistige Welt zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Ja, andersrum, bist du nicht diese toxische Energie, achte da drauf, dass du dich nicht weiter manipulieren lässt, okay, und ab nach vorne. Wir sind hier, ey, Wahnsinn, schaut mal, wir fangen mit dem Teufel an und wir ändern mit dem Teufel. Achtung, 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 Leute, die abgrundtiefsten Schattenseiten eines Menschen. Bist du in der Energie, in der Familie und sagst, ich habe die Türe zugemacht, auch im Freundeskreis, ich habe zugemacht, bleibe dabei, es ist der richtige Weg. Wenn ich mit jemandem einen Bruch mache, dann ist es das auf Lebenszeiten, ja, ich habe dann schon verziehen, ich habe dann schon losgelassen und gut ist. Das ist wie mit meinen Patienten, ich sage es euch immer wieder, okay, alle, die ihr mit mir in einer Therapie seid, kriegt eine Hausaufgabe auf, alle von euch, wisst ihr dann auch schon, was die Konsequenz ist und wenn diese Menschen aus irgendeinem Grunde halt die Hausaufgaben nicht ernst nehmen oder nicht konstant machen, sich nicht die Mühe geben, wirklich daran zu arbeiten, ist bei mir sofort Schluss, die Therapie wird sofort abgebrochen. Warum? Weil ich in der Selbstliebe bin. Ich bin der absoluten Selbstliebe und schütze meine Energien und ich teile meine Energien nicht mehr mit Menschen, die es nicht zu schätzen wissen, nicht mit meinen Freunden mehr, die ich aussortiert habe, nicht im Familienkreis, die mir schaden, nicht in Partnerschaften, nicht in Patienten- oder Kundenkreisen, sondern ich bin in der absoluten Selbstliebe und hier geht es auch, komm in die absolute Selbstliebe zurück. Schütze dich vor dem, was negativ ist, aber schütze dich vor allen Dingen vor dich selber, wenn du in dieser toxischen, neidischen, missgünstigen, rachsüchtigen, manipulativen Energie bist. Wow, Leute, das ist unsagbar krass heute, ja, unsagbar krass. Es wird eine spannende, herausfordernde Woche. Nehmt sie an, Leute, lasst es fließen. Wir schauen mal, wow, was für eine erkenntnisreiche Woche. Es wird ein mega Chat heute Abend. Wow. Der Engel des Glücks, möchte ich dir sagen. Gerade Familie und Freunde, okay. Wir alle wünschen uns Glück und Zufriedenheit und Liebe. Warte nicht darauf, dass andere dich glücklich machen, sondern beginne, dich selbst zu lieben. So wie du bist, dann wirst du auch dich selbst und deine Mitmenschen glücklich machen. Dein Engel hilft dir dabei, alte Enttäuschungen zu vergeben, wow, und falsche Erwartungen loszulassen. So wird das Glück stets bei dir sein. Was habe ich euch gesagt? Ja, Manipulationen, gerade Familie und Freunde. Hast du einen Cut gemacht mit diesen Menschen? Bye, auf Wiedersehen. Ja, und wenn die Welt untergeht, es darf sein, die geistige Welt unterstützt dich. Auch die Engel unterstützen dich, zu sagen, es ist das Richtige, dich von Enttäuschungen, von anderen Menschen freizumachen, zu vergeben, aber das Glück, was in dir lebt, anzuziehen. Der Engel des Glückes ist bei dir. Anfang der Legung mit dem Teufel begonnen, Ende der Legung mit dem Teufel. Hier sind Energien am Start, Leute, die sich gewaschen haben, kommuniziert, okay, verzeiht, vergebt, Affirmationen, ich vertraue mir und meiner Intuition, geht in die absolute Annahme, in die absolute Selbstliebe, gebt euch der kommenden Woche wirklich hin und jede negative Energie rauszufischen, jedes Bakterium, was dir nicht gut tut, rauszulassen, ob es in dir steckt oder von der Außenwelt, vertraue auf die geistige Welt, okay, setze Grenzen und heile, was zu heilen ist und lasse los, weil so wirst du das absolute top energetische Paket anziehen in der kommenden Woche, weil das ist das Resultat von deiner Konstanz, von deiner Klarheit, von deiner Kraftquelle, okay, und von deiner Konsequenz, eine Entscheidung zu treffen, die für dich absolut wichtig ist. Wow, Leute, ich finde das mega klasse. Hiermit verabschiede ich mich, Leute, ich wünsche euch eine gesegnete Woche vom 23.8. bis 29.8. Ja, gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die ich glücklich mache. Ihr wisst eure Intuition, Leute, führt euch immer zu mir, zu Alena Tarot, aber auch zu Alenas Spirituids Live. Liked und teilt weiterhin eure Videos, die ihr hier anschaut, ja, weil jedes Like hilft uns als Alena und als Alenas Spirituids Live zu reifen, zu wachsen und vor allen Dingen die Menschen, die noch nicht in Resonanz gekommen sind, dieses auch zu geben, auch zu schenken. Denkt dran, private Legungen, zielorientierte Therapien, schreibt mich weiterhin an. Habt heute Abend mega Spaß bei unserem Live-Chat, okay? Wir haben eine wahnsinnig spannende Energie, wir haben eine Energie, wo es ganz viel um Sachen gibt, die es zu lösen gibt. Also Leute, schaltet ein, wir haben auch Veränderungen im Super-Chat, okay, die ich euch dann heute Abend kundtun werde. Leute, habt eine mega geile Woche, es darf alles sein, kommen und bleiben, wenn es zu deinem höchsten Wohle ist. Deine Intuition führt euch immer zu mir. Warum? Weil das Leben und die Liebe ist es absolut wert zu leben. Ihr gebt eurem Leben, euren Situationen und dieser Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Okay? Also genießt es. Leute, das war es von mir, ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns. Bye! Bye!